Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir nicht rechtzeitig ausgereist wären. Unsere Sicherheit wurde abgezogen. Alle wussten, wo wir sind. Wir mussten da raus. Wir befinden uns auf dem Flug in die Freiheit. Es ist institutionalisiertes Gaslighting. Ich wurde an die Wölfe zerfüttert. Sie rekrutierten Leute, um Desinformationen zu verbreiten. Sie lügen gerne, um meinen Bruder zu schützen. Sagen aber nie die Wahrheit, um uns zu schützen. Prinz Harry und Meghan Markle. Abtrünnige Royals. Sie wollten nur ihre Freiheit, einander lieben und glücklich sein. Bewundernswert. Um zum nächsten Kapitel zu gehen, muss man das erste beenden. Sie gaben uns eine Chance, uns unser Zuhause zu erschaffen. Deswegen war es für mich ein Kampf, der es wert war, geführt zu werden. Das ist ein Kampf, der er so gut für mich für mich. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, der es wert war. Vielen Dank.